Hallo liebe Freunde, ich grüße euch zu einer weiteren Session VRC Generations. Irgendwie haben die seit dem letzten Patch irgendwie hier so flimmern drin. Ihr habt das in dem einen Video gesehen, wo wir gefahren sind in Portugal nachts, wo der Himmel so geflackert hat und man sieht das hier im Hintergrund auch in dem Weichzeichner. Strange. Genau, ich habe mich nochmal für die Legenden ausgesucht, ausgedingst hier im Lancia. Wir sind in Portugal, Felgueras umgekehrt. Bin ich auch noch nie gefahren. In der Morgendämmerung mit klarem Himmel habe ich ausgewählt. Mit dem Team Lancia. Genau. Und da schauen wir uns einfach nochmal die Strecke an. Gucken uns das Auto ein bisschen an. Ganz easy peasy. Strecke noch nicht gefahren. Auto noch nicht gefahren. Wir lassen alles wieder auf Default stehen. Wie gehabt. Und dann sehen wir weiter. Das ist alles Schotter hier. Sieht schon mal sehr nice aus. Airpin, also Harnadeln drin hier. Genau. Und da ist unser Lancia auch eine geile Kiste. Finde ich heutzutage auch noch geiles Ding. So, das heißt wir sind im Lancia Delta HF Integrale Evolution. Hier haben sie auch wieder einen Fehler drin. Passt nicht in die Zeile rein. Ja, so ein paar Sachen sind drin. Die, ja, kannst du eigentlich 20, 22 nicht mehr bringen. 20, 23. Auch geile Werte. 1100 Kilo mit 350 Ponys bei sagenhaften 535 Newtonmeter. Das ist schon ordentlich. Wenn 535 Newtonmeter an 1100 Kilo ziehen, das ist schon böse, ey. Okay. Naja, schauen wir uns das an. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich gebe mein Bestes. 3, 2, 1. Der ist voll leise. Nix verstellt. Der ist voll leise hier. Wenn du schattst, geht dann. Der ist voll leise hier. Boah, die Durst hier gar nicht, oder? Dann weiß ich nicht, wie ich bremsen soll, wenn ich den nicht höre. Deswegen könnte ich auch keine Elektroschlur fahren, Alter. Der ist echt sehr leise hier, ne? Furchtbar. Ein bisschen zu laut brauchen wir, ne? Es ist schwierig hier, der ist so ein... Das ist ein bisschen leiser geworden als die anderen bei gleicher Systemlotsstärke hier. Sehr gefährlich hier. Das haben die so doof gemacht. Du breitst nicht wirklich ab, da hält dich einfach fest dann, weißt du? Das ist ein bisschen doof. Das ist wie so ein Festhalterhaken, der dann an Leitplatten oder Felsen rauskommt. Einspruchsvolle Strecke, zumindest wieder mit dem Auto und diesen Default-Settings hier. Ich höre die Kalle nicht. Unhebenheiten. Unhebenheiten. Right 4, cut, into left 3, 80. Right 4, small cut. Abcord. And caution, left 2, tightens, into square right, don't cut, 50. Right 5, short, over jump, and right 4, tree in. Into left 6, and right 3, 50. Right 5, tightens, right 5, tightens, caution, left 1, long, very narrow, 30. House into kinks, narrows, 120. Caution, brake, right 5, bumpy, into left 4, and right 3, tree in, 80. Right 3, small cut, and left 3, 120. Sorry, ich kann euch nicht viel Muttersauen. Gerade gehen wir. Ist ja einfach zu lazy, der war. Right 3, 80. Sieht natürlich auch an, wie es böse ist, das Ding, ne? Merze, die Leistung. We needen. Ich kann euch nicht fühlen. 5,5, und left 4, bumpy, 30. Right 4, short, narrows, 30. Left 5, 80. Left 4, short, 150. Left 4, short, into right 4, don't cut, 300. totales gerät hier alter ist ein wie ein zoniger rottwärter naja mauer ist dann wieder magnet geile strecke müsste man mit diesen modernen rätsel war 30 das war doch 100 hat right over christ 80 right five medium titans for long 200 oh Ey, wenn du die Karriere nicht hörst, Alter, ist das echt schwierig. Auch wegen manuellem Wechsel der Gänge etc. Das geht natürlich immer besser, wenn du Sound hast, ne? Fett, Alter. Also probiert das Auto mal aus hier. Der hat richtig gedunst, Alter. Geile Nummer. Aber auch coole Strecke im Morgengrauen. Sehr, sehr cool, ey. Ach ja. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Oder ein Abo. Würde mich freuen, immer. Und es unterstützt mich. So, das war jetzt Platz 73 im Lunch hier. War 6 Minuten 47. Wir sind 1 Minute 5 hinter dem ersten hier. Also da kannst du einiges machen, aber ich spielst zu wenig halt, ne? Und das ist in die Top Position. Mit welchem Auto? Mit einem Presa, mit dem alten. Hm. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Euer Master. Euer Master. Euer Master. Euer Master. Euer Master.